Willkommen in der Schweiz, genauer im Berner Oberland. Dieses Mal haben wir die Region rund um den Thunersee bereist und verraten Ihnen unsere 10 Tipps. Das ist der heilige St. Beatus und der hat in der Beatus Höhle gegen einen Drachen gekämpft und die Höhle, die schauen uns genauer an. Um von Siglisville nach Eschen zu gelangen, überqueren wir jetzt die Panoramabrücke, das ist eine 340 Meter lang Hängebrücke. Super, super geht's von dem Fall. Super, super geht's. 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 Die Föße ist brachig, jetzt reich! Die drei sind sich gleich einig, dass die Sennel in Tozig die Würgsporen am Hals, die mutmasslich beim Sturz das Genick gebrochen haben. Die Föße ist hier wirklich, dass die Würgspieler mit dem Land. Die Föße ist hier, wo es ist, warum es nicht sooo ist, wie es ein Lied ist, die Wälder zu finden ist, das ist der Wälder. Das ist ein Lied. Wälder ist ein Lied. Die Föße ist hier ein Lied. Ein Lied von der Föße ist ein Lied. Das ist ein Lied. das waren unsere zehn tipps für eine reise an den thunersee wichtige links und günstige angebote gibt es direkt auf dem blog unter www.reisen-lifestyle.ch